Willkommen zurück zu Borderlands the Pre-Sequel, an genau der gleichen Stelle, wie wir den letzten Part angefangen haben. Nachdem wir im letzten Part durch Concordia gerannt sind und ein paar Nebenquests erfüllt haben, zumindest eine, und zwei, drei weitere angenommen, machen wir jetzt die Primärquest weiter. Und zwar müssen wir die Roboterfabrik erkunden. Okay, hier wird gleich gekämpft. Ja, ich habe gerade nur eine Kiste gesehen, die in die Luft fliegt und habe gedacht, da müsste doch gleich ein Kampf sein. Oh Mann, ich hasse das. Das nervt mich, dass man seinen Nahkampf-Special-Angriff verwenden muss, um sowas aufzubrechen. Und im nächsten Moment, wenn man dann bräuchte, hat man nicht verfügbar, weil es einfach länger dauert, bis der aufgeladen ist. Das ist eigentlich schade. So, okay, zwölf Stacks, money is power. Ist mal ein Anfang. Meine Maus rutscht gerade ein bisschen stark. Jetzt machen wir mal den langsamen Bewegen-Modus. Und bumm. Hallo? Also den zweiten verstehe ich, dass der verfehlt hat, aber der erste. Und der Schaden, den die austeilen, der ist auch sehr stark. Ach, da sind ja auch noch welche von der Seite. Die, die von der Seite kamen, die habe ich erst mal gar nicht wahrgenommen. Okay, da unten sind jetzt weitere Gegner. Lunatics. Ah, ein Suicide Lunatic. Wenn der hochkommt, dann will ich meine SMG ready haben. Du machst mich nicht so gut, du machst mich so schlecht. Okay. Du hast nur 25% mehr Hand-Zone. Ich werde mich nicht so gut machen. Können die Leitern klettern? Der Skriff hier nervt mit seinen Feuerschüssen. Aber er hat meine Feuerresistenz erhöht. Den zünden wir mal an. Oh, da ist er verbrannt. Kann man auch mal machen. Links ist noch irgendwo ein Gegner. Der da. Ich bin auf das Shock Barrel. Hat gereicht. Und dafür hat er seine Granate irgendwie weggeworfen. Und das wäre dieser Raider. Und da unten müsste er noch ein Suicide Psychos sein. Oh, ich dachte doch, da müsste er noch ein Suicide Psychos sein. Äh, Lunatic. Den wir noch am Leben gelassen hatten. Und das war auch der. Nicht mitgekriegt, wie der nach oben gekommen ist. Aber hat ja gut gepasst. Ist ja nicht so, dass man wegen sowas mal kurz erschrickt. Nö. Wobei bin ich tatsächlich nicht. Der war halt vor mir. Ja. Alles ist nicht verloren. Ich habe nur noch die Blitze auf mich zufliegen gesehen. So, ein bisschen mehr Schaden wieder. Und da haben wir einen Ohr Badass. Der sich selbst gerade geschockt hat. Und jetzt noch eine Giftgasgranate kriegt. Und, ah, er ist noch nicht tot, er ist noch nicht tot. Hinter die Wand, hinter die Wand. Fuck. Okay, ich kann meinen Nahkampfangriff-Ding verwenden, während ich... Ne, kann ich nicht. Okay, ich dachte ich könnte. Und er fliegt in die Luft. Ah, ich weiß nicht, es sieht aus wie ein Blitze. Sind wir sicher, dass wir hier etwas Schaden bauen können? Natürlich, Prof. Die Schaden machen es viel schlimmer als es ist. Das erste, was wir tun müssen, ist die Hauptkraft. Gehen wir in die Schadenfläche und sehen, was was ist. Wenn ich wahrscheinlich auch noch gar nicht da lang soll. Obwohl, wenn ich nicht da lang sollte, dann wäre der Schalter rot. Und die würden irgendwie Felicity vorschicken. Ne, wie heißt der? Ähm, doch Felicity. Unser Roboter, ehemaliger Skipper. Hätten wir dann irgendwo einsetzen sollen, um uns die Tür zu öffnen. Aber ich durfte einfach so rein. Oculus Land. Okay. Hier wird wahrscheinlich noch irgendwas kräftig abgehen. Aber erstmal gibt es noch einen Raketenwerfer, den wir nicht brauchen, weil er immer noch stärker ist. Wenn er auch schlecht trifft. Eine Hyperion Pistole brauchen wir nicht. Munition kann man immer gebrauchen. Ich glaube, hier wird am Ende gebaut. Wenn wir mit allem durch sind, dann sind wir am Ende hier, um die letzten Finishing Touches zu machen. Das könnte ganz gut passieren. Okay, äh, Granate, Granate, Granate. Noch mehr Muni. Da kommen wir nicht durch. Genau, von da werden wir dann wahrscheinlich ankommen. So, dann schauen wir doch mal in die andere Richtung, in die wir eigentlich gehen sollen. Was wir dort finden. Ich fühle mich grad so ein bisschen erinnert an, ähm... Shield Capacity, Shield Recharge und Synergy. Was ist Synergy? Habe ich Synergy? Da ist Synergy. Äh, nein. Habe ich nicht, nehme ich nur mit. Äh, die Gegend erinnert mich so ein bisschen hier an, ähm... Borderlands 2. An die Fabrik oder diese Hallen, in denen man die vier Assassinen töten soll, die hinter der Siren her sind. Das ist so die Machart. Enge Gänge, mehrere Stockwerke, immer kleinere Gangpakete, die aufgehen auf der Karte. Also nicht so, fupp, alles aufgedeckt. So ein großer Bereich. Es sind wirklich so kleine Bereiche. One for a vacation. 25 Badass Ranks. Ja, das ist, glaube ich, ganz... Es ist ganz ähnlich aufgebaut. Da fahren jetzt noch zwei kleine Kisten und dann noch Geld. Da ist noch eine kleine Kiste. Die kleinen Kisten sind natürlich deswegen wertvoll, weil die entweder meinen Schaden und mein Geld oder meine Moonstones erhöhen. Da kann man immer öffnen, die will man immer haben. Okay, hier könnten wir verkaufen. Und einmal schauen, ob wir einkaufen wollen ohne Schrotflinte von Hyperion. Uh, ne neue Sniper. Die ist aber alles schwächer als unsere. Da ne schönes Schrotflinte, aber die brauchen wir nicht. Dann verkaufen wir hier blind. Ich habe immer mit Schäden, du darfst nicht. Locked. Hm. Mal sehen, ob wir dich durch die Schmerzen bringen können. Mal sehen, ob ich die Schmerzen bringen kann. Okay, jetzt gibt es gleich... Die Leute sind verrückt. Es sieht aus, als ob die Schmerzen sich in sich barrikaden haben. Das Sicherheitsglas ist zu kalt vulnerable. Ich denke, du solltest schlafen und schlafen. Ja! Piss auf! Wie viel! Okay, äh, ich muss jetzt... Wow! Das ist ein beeindruckender Stream. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier die Scheibe einfrieren. Und zum Glück steht der Cryo-Fässer, weil ich habe keine Cryo-Waffe dabei. Boom! Natürlich sind beide auf einmal in Luft geflogen. Ich habe mir das fast gedacht. Und jetzt können wir uns hier durch die Gegend ballern. Und ein paar Gegner killen. Jetzt ist auch die Tür öffnen, interessanterweise. Ich muss mal nachladen. Das war ein Little Scaf. Da war ein Little Scaf und seine Granate. Oh! 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 Okay. Äh, und ein Raider. Macht das auch wenig aus. Oh! 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 Die Schalter. Äh, die Schalter. Den Strom sollen wir aktivieren. Die Schalter. Die Schalter drücken, um die Strom zu aktivieren, Mann! Keine Munition, die wir brauchen. Wir haben gerade nur SMG-Munition verbraucht. Da sieht man aber, wie stark solche Waffen sein können. Ich meine, die Gegner haben nicht so viele Chancen gehabt. Und wir haben zwei Skins bekommen. Einen hatten wir schon. Einer ist neu. Da ist nochmal eine Grundruhe. Da ist nochmal ein Safe. Mit einer Lockdown-Mirror. Schade, dass diesmal im Safe keine Waffen... Äh, keine... Keine Waffen. Kein Geld drin war. Das habe ich eigentlich lieber. Und dieses Wasser macht mir Sorgen. Ich wette, gleich drücke ich den Strom und das ganze Wasser steht unter Strom. Ja. Das war so klar. Serious Business. Serious Business. Was man tun kann, ist, dass man das Augen-Eye-Bereich erfüllt hat. Das ist das wirklich cleverste Teil. Ich habe bereits den Prozess vorbereitet. Aber wir brauchen das Material von ein paar der Sicherheits-Bots. Ich konnte sie nicht selbst selbst bekommen. Lass mich sagen. All brains, no balls. Ja. Ja, so etwas wie das. Die kleine Buggers packen ziemlich einen Kumpel. Gehe zurück zum Sicherheits-Office, das schaut über den Hauptraum und kenne sie in. Natürlich. Das könnte auch mehr Scavs attraktieren, also seid vorbereitet. Sicherheits-System auslösen, Sicherheits-Roboter anlocken und wahrscheinlich auch Scavs. Und dann in die Gegend ballern. Kein Problem, machen wir. Dahin ist das Sicherheits-Office, da kommen wir ursprünglich her. So, zack, sind wir drin. Und aktivieren. Und jetzt kann der Spaß beginnen. Und einmal mit dem Laser drauf. Ich glaube Schock tut denen ganz weh, aber... Aua! Ich kriege gerade nur auf die Presse. Ja. Ich habe gerade ganz gut auf die Presse gekriegt, aber der Bonus-Schaden war gut. Da ist nochmal ein Eis-Stück, da ist eine neue Granate. So, beide angeschossen. Das war's. Da ist man komplett. Erstmal, weh, zur 오ku-les-Labe. Ich bin anschließend durch den Prozess. Es muss bereits geimpft werden. Okay, platz rein. Die Pfeife in dem Konverter. Es wird die Rohre-Materialien und die Prototypen formen. Einen A-Konverter? Das ist das wunderschönste, was ich noch gehört habe. Warum würden sie einen A-Konverter machen? Sie haben es nicht gemacht. Ich habe es gemacht. Ich war hier für lange Zeit, um dieses Lab für meinen Prototypen zu vorbereiten. Das ist eine sehr sensitive, experimentelle Technologie. Wirklich? Weil es sieht aus wie ein Toaster. Äh, da sind noch ein paar Lebenspunkte. Ja, diese Security-Roboter haben mit ihrem Feuerschaden richtig reingehauen. Die Scaps dazu haben ihr Übriges getan und meine Jacks waren nicht im richtigen Moment draußen. Das war echt nicht gut. Hätte besser laufen können. Aber wir haben es überlebt. Und ich brauche jetzt wieder meine SMG. So, äh, hier. Eins, zwei, drei, vier. Hier geht's. All mein hartes Arbeit ist endlich aufzuhören. Wir sehen eine Geschichte im Endeffekt. Oh, es ist so schön. Oh, es ist so schön! Okay, jetzt hol es mal! Oh, cool. Okay, jetzt geh zurück zur Hauptstadt. Wir müssen das Baby in das Hauptstor. Mal sehen, der Cage sollte öffnen. Welcher Cage? Oh, ach da. Das ist das, was wir bauen. Oh, ich war so nah am Ende, wenn die Scaps gekommen sind. Oh ja, hallo für die Struktur. Es hat viele Roboter gepackt. genug, um die Unterschiede gegen Dahl oder was auch. Oh, es sieht, äh... Es sieht ein bisschen wie ein... ...dumpster, in Sadness. Hey, keine Offenheit! Äh, was mir grad auffällt. Alle... Ähm... Alle Constructor-Bots in Borderlands 2... ...oder... ...alle mit Namen waren so ein bisschen strange von ihrer KI her. Wenn ich jetzt bedenke, dass Felicity die KI wird, wird mir ein bisschen was klarer. Weil die hört sich jetzt nicht so an, wie wenn sie gerne bauen würde oder Kriege führen. Die will eher steuern und kontrollieren. Das kann sie ja eigentlich nicht in der KI. Naja, mal gucken, was passiert. Dieser Konstruktor wird die sehr komplexe Maschinen auf einer unvergültigen Art. Jetzt ist das fertig. Wir müssen das Torso auf das Krain-System legen. Äh, ach da oben. Einmal hoch. Das ist grad echt nett hier, dass man ein... ...gerätchen zusammenbaut. Das ist wirklich passiert! Es funktioniert! Mein Professor hat gesagt, dass ich nie ein Mann machen würde. Aber sie war falsch! Und jetzt, was ich mit mir. Du willst mich in das Krain-System? Ich habe mich gefragt, über diese Installation. Ich weiß, du könntest mir einfach... ...koppel mich. Es dauert ein bisschen länger, aber es ist die gleiche Sache. Und ich finde es viel weniger verrückt. Wie viel weniger verrückt? Es ist die Unterschiede zwischen brain surgery und being scant. Oh... Lass mich darüber nachdenken. Das ist gut! Das ist gut! Ich kann dir helfen, die Targeting-Systeme zu beitragen. Ich kann dir helfen, die Targeting-Systeme zu beitragen. Oh, das ist gut, danke. Ich habe einen schnellen Weg, um das zu tun. Oh! Okay, ich selbst muss nichts machen, sondern die Turrets sollen die Scaves töten. Ich muss in der Zeit nur überleben. Gut. Kann ich. Machen. Und ich kassiere währenddessen Drops. Und gebe selber einen Anschluss ab. 50% Akküranz. Ich komme da hin. Ich komme da hin. Ich komme da hin. Badass der Lunatic. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich tue. Dem möchte ich ein bisschen selber reinrätseln. Ich komme da hin. Ich komme da hin. Ich komme da hin. Ich komme da hin. Okay, jetzt ist er schwach genug. Jetzt... Oh! Da ist ja noch einer. Haben die einen getötet? Ja, der erste Badass ist tot. Die Treibungen sind fast fertig. Nur ein paar mehr Sprechungen zu gehen. Einmal mittendurch. Alles einsammeln, was hier liegt. Noch mal Badass der Lunatic. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich nicht mal kämpfen möchte. So zum Beispiel gegen diesen Badass hier. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich nicht mal kämpfen möchte. So zum Beispiel gegen diesen Badass hier. Oh, Lebenspunkt der Dangämpft. So, sind die wieder geschwächt? Also die Taktik mit Schwächen und dann angreifen lassen, ist die richtige, aber die Türme tun noch nicht unbedingt das, was sie sollen, nämlich töten. Wenn ich einfach schießen darf, bin ich doch viel glücklicher. Dann kann ich nämlich einfach die Gegner töten, bevor sie mich töten. So. Gut, die Türme ist dann kalibriert. Da vorne liegt noch einiges Zeugs und da sind noch zwei Kisten zu öffnen. Ah, wir sind schon Mischi-Munition, sehr schön. Ja, da darf man auch mal sich halb opfern, um Jacks Plan zu genügen. Ich meine, wir sind ja schließlich sind Doppelgänger. Wir sind ja dafür da, uns für Jacks zu opfern. So, wir setzen noch die Tür mit dran und dann würde ich sagen, beende ich den Part. Wir sind so nahe da! Es fühlt sich wie ein Mercenari-Day! Das war ja irgendwie klar. Wir müssen einen Power-Suit von seinen Beinen trennen. Gut, okay. Ja, wie gesagt, ich beende den Part hier. Nächstes Mal werden wir den Roboter fertig bauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lass in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Ich gehöre abends auf den Geburtstag, deswegen muss ich jetzt auch Schluss machen. Ja, ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal und tschüss! Ja, ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal und tschüss!